Musik Im Medienhafen hat am Mittwoch der neue Startplatz Düsseldorf offiziell seine Türen für junge, kreative Firmen geöffnet. Start-up-Unternehmen bekommen dort unter anderem Hilfe bei Themen wie Finanzierung oder Arbeitsrecht. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, erste Kontakte zu bereits etablierten Firmen aufzubauen. In unmittelbarer Nähe zu Servicebüros und Beratungsstellen können sich Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auf insgesamt 1000 Quadratmetern Arbeitsplätze anmieten. Der Startplatz Düsseldorf im Flossihaus ist neben Köln der zweite Standort in Deutschland. Ich erwarte in Düsseldorf auch eine gute Kommunikationskultur. Das habe ich auch nur so erlebt. Man ist offen, man ist gesprächig, man ist schnell anschlussfähig und das brauchen wir hier alles. Wir brauchen kein Versteckspiel. Ich finde, das Rheinland hat die ideale Voraussetzung für die Gründerkultur. Die Menschen sind aufgeschlossen, sind freundlich, sie wollen miteinander sprechen, sie wollen auch was erreichen und sie wollen einfach nicht abgehängt werden. Und das ist, glaube ich, eine super gute Ausgangsbasis, um hier viel zu erreichen. Zusätzlich zum Beratungsangebot bietet der Startplatz Düsseldorf zahlreiche Workshops zu Themen wie Unternehmensgründung und Digitalisierung. Unter www.startplatz.de finden Sie weitere Informationen im Internet. In Düsseldorf gibt es derzeit 135 Start-ups, durch die in der Stadt mehr als 2000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Grundwassersanierung in Düsseldorf schreitet weiter voran. Momentan können drei der Grundwassersanierungsanlagen zurückgebaut werden. Neben den Anlagen in Lohhausen und Bilk wird momentan auch die Sanierungsanlage an der Jakubi-Straße in Stadtmitte abgebaut. Mit einer Reinigungskapazität von 300 Kubikmetern Wasser pro Stunde ist diese Anlage eine der größten im Stadtgebiet. Vor über 19 Jahren wurde sie aufgestellt. Wir hatten hier ein riesengroßes Netz, 5,6 Kilometer Rohrleitungen, mit denen das chlorierte Grundwasser abgepumpt wurde und gereinigt wurde. Letztlich hat das zu dieser langen Standzeit geführt. Nach dem Rückbau an der Jakubi-Straße wird in den nächsten Wochen ein pflanzfähiger Untergrund hergestellt. Die Neubepflanzung des Gehölzstreifens soll durch Mitarbeiter des Gartenamtes im November erfolgen. Nach gut fünf Jahren als Stadtdirektor und Kämmerer hat Manfred Abrahams zum 1. Oktober seinen Posten verlassen und wechselt nun zu den Stadtwerken Düsseldorf. Am Mittwochabend verabschiedete Oberbürgermeister Thomas Geisel den Stadtdirektor offiziell im Rathaus. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Das weinende ist, es waren fünf spannende, herausfordernde Jahre und das Amt des Kämmerers in Düsseldorf macht sehr, sehr viel Spaß. Das lachende Auge freut sich eben auf neue Herausforderungen und auf die Zukunft. Die Nachfolgerin von Manfred Abraham steht bereits fest. Anfang November wird Dorothee Schneider neue Stadtkämmerin. Sie wechselt aus Köln in die Landeshauptstadt. Die Stadt Düsseldorf erhält einen Kulturentwicklungsplan. Mit der Erstellung hat der Kulturausschuss am Mittwoch, den 30. September, die Kulturpolitische Gesellschaft beauftragt. In dem Verein haben sich bundesweit rund 1500 kulturpolitisch interessierte und engagierte Menschen zusammengeschlossen. Das Ziel des Kulturentwicklungsplanes ist, die Vision für die Kulturpolitik für die nächsten fünf bis zehn Jahre aufzuzeigen. Wo wollen wir mit unseren beschränkten Ressourcen hinkommen? Welche Schwerpunkte wollen wir setzen in der Kultur? Deswegen ist es erforderlich, dass wir zunächst mal auch eine Bestandsanalyse machen. Wir wollen dann auch die Potenziale erheben, erkennen, wo gibt es Ansätze, die wir verstärken müssen, um eben noch zu stärkerer Wirksamkeit im Kulturbereich zu kommen. An der Erstellung des Kulturentwicklungsplanes werden Kulturpolitiker, Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Die Ergebnisse sollen bis Ende 2016 vorliegen. Der Stadtrat hat für den Kulturentwicklungsplan Mittel in Höhe von insgesamt 250.000 Euro bewilligt. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft für die in Düsseldorf ankommenden und lebenden Flüchtlinge ist unverändert hoch. Aus diesem Grund wird es ab dem 5. Oktober eine zentrale Anlaufstelle für Spenderinnen und Spender geben. Die Sammelstelle für Sachspenden ist in einer Lagerhalle am Vogelsangerweg 49 untergebracht. Derzeit werden vor allem Winterkleidung sowie Küchenutensilien, Handtücher, Decken und Fahrräder gebraucht. Wir werden aber immer gezielt dazu aufrufen, also über die Presse, über die städtische Seite, wo dann auch das Sachspendenlager hier eine eigene Rubrik bekommt. Über alle Kanäle werden wir bekannt geben, wie gerade der Bedarf ist. Geöffnet sein wird ab nächster Woche 10 bis 15 Uhr und dann werden auch Menschen hier vor Ort sein, die die Spenden annehmen. Die angelieferten Spenden werden auf rund 1800 Quadratmetern gelagert und von der Sammelstelle aus an die Ausgabestellen weiterverteilt. Die Halle am Vogelsangerweg wird durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer besetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017